Willkommen zu einer neuen Runde von Minecraft 2 Vagons auf meinem Kanal und mit dabei ist JustStats. Moin. Und jetzt war ein bisschen komischer Anfang aber ich hab die ganze Spawnchast bekommen. Und ich bekomme das ganze Eisenschwert. Und da fliegt ein Typ zur Highhouse. Gigi. Well played. Woher läufst du? Highhouse. Ich weiß zwar nicht wieso aber... Ich glaube es ist einfach den Hacker zu töten wenn er noch kein Stuff hat weißt du. Naja mach nur. Alter dieser App! Ich hasse Araber. Sorry aber sie nerven einfach nur. Hast du auch was gegen Russen? Ne Russen sind cool. Dankeschön. Solange sie I'm Stats oder JustStats oder Peter Ines heißen. Ja was ist das denn? Keine Ahnung. Ist mir grad so eingefallen. Okay ich habe Scheiß Stuff. Okay ich hab 5 Amor Bars, ein Steinschwert und ein Chainharnisch für dich. Hab ich schon. Dann Gigi. Ich hab 4 1 halb Amor Bars aber dafür. Ich weiß nicht wieso ich noch dem Arab hinterher laufe aber ich machs weil er hat Schuhe und eine Rot für mich. Ja Gigi. Da wollte mich jemand dingsen. Your Rot ist... Ich spiele jetzt einfach defensiv. Wo bist du? Wo bist du? Ja ich bin... Ja ich bin. Coole Antwort. Ich bin Riesenrad. Ja dann komm ich jetzt mal zu dir wenn ich nicht vorher noch zerflächelt werde. Bei mir sind ein paar Leute die... Ja ich komme von Highhouse. Bei mir ist Dinolein. Ich komme von Highhouse. Und da ist der Hacker. Ich hab... Okay ich weiß dass hinter mir ein Hacker ist. Deswegen gehe ich jetzt nicht in Richtung Jumpin mal. Wo bist du? Wo bist du? Sondern sterbe an ihm. An Highhouse. Ich hab ihn! Mit einem halben Herz. GG. Oh mein Gott. Opfer. Opfer wenn du das siehst fick dich du dummer Hohrensohn. Kannst du das ja vorm Intro einblenden. Ah Junge. Ich hab 6 in der Barmobas jetzt. Ich hab 5 1 halb. Ich hab nämlich eingekillt. Jemand wollte mich clean. Ich gebe ihm erstmal eine Rotkombote rennt weg. Hast du eine Rot für mich? Ja. Da schießt gut. Dann komm ich jetzt rein. Alter wurde... Ich dachte ich fall jetzt runter weil... Oh da bist du. Ah hallo hallo. Ich bin low. Oh meine Falle. Ähm... So ein Opfer alter. Hacken und verrecken. 179 Punkte droppt dann sowas. Wo bist du? Ach du bist da hinten rein. Ja ich hol mir die eine Tier zu weil... Machen sie das. Ich hab noch nicht so den besten Staff und... Was war das denn? Genau. Ich kann für dich einen Eisenschwert machen. Oder du machst einfach dir eins. Ich hab... War doch beim Eisenschwert. Achso. Das ist super plan. Ja bisschen. Ah hier ist noch ein Helm. Ja okay dann bin ich jetzt ganz ordentlich equippt. Ich hab vorhin noch versucht voll Premium aufzunehmen. Hat natürlich ganz toll geklappt. Wurde gar nicht die ganze Zeit gespawnt oder so. Ja kommst du zur Workbench? Ich kann mir jetzt selbst ein Eisenschwert machen. Jetzt im Ernst? Ja ich hab noch ein Tattoo gelootet im Wareidehaus. Und dort waren zwei Eisen drin. Eins. Ich hab selber noch ein Eisen. Äh zwei, drei Eisen. Das bist nicht du, das ist Traps. Wo bist du? Ja genau an den Pferden. Ich bin genau an den Pferden. Und jetzt sehe ich mich. Und dann guck mal vor dich. Der Kollege Traps hat sieben Armer was. Und ich hab Ping. Oder er tut nur so. Und ich hab Ping. Hast du den Ping gesehen? Nee. Alter, ja ich lagge. Oh nein. Und ich bekomm keinen Knockback. Und ich meine Rod kommt 30 Jahre später und bei mir bewegen sich alle so langsam. Ja und ich lege ein bisschen. Okay. Das Faktenbild. Pass auf, das esse ich jetzt nicht runter. Runterroddelt? Hab ich bei ihm geschafft. Geh doch nicht drauf. Bist du crazy? Ja. Ja, das hab ich gemerkt. Äh, ich bleib mal einfach bei dir einfach nur. Aber danke für die 221 Punkte. Haha. Warte, ich hab für dich hier noch ne Eisenhose. Oh, das ist ja toll, Mensch. Ah ne, Goldschuhe brauchst du gar nicht, stimmt. Nö. Aber wir haben beide sieben Armer bars. Ja. Und dir legt noch nen Kuchen vom Hacker. Die Runde sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, die ist nicht schlecht. Es leben nur noch 5 Spieler, ich hoffe das ist dir klar. Ja, passt doch. Hast du noch nen Flint? Äh, ich hab gar keinen Flint. Warte, ich mach die Eisenschuhe. Wieso? Weil ich 4 Eisen hab. Ach so, ja gut. Ich könnte dir noch nen neuen Calltail machen. Ne, hier. Hast du irgendwie noch nen Steinschwert von dem Typ? Nö. Für Fer und sowas. Wir haben selber, ich hab selber Eisenschwert. Ja und, aber da geht man immer so schnell down, das mag ich nicht. Ja, die Team Deathmatch haben bestimmt auch noch was. Lebt ein Parish und noch. Ja. Ähm. Der hat doch das sinnlose Lineup geschrieben. Mhm. Der teamt einfach nur. Und der warte, wer teamt? Mit wem teamt der? Keine Ahnung, jedenfalls ist er da solo. Oh. Und der gibt komische Hits. Fast so komisch wie ich. Pass auf Block! Ich hab ihm Doublehead gedrückt und ich hab kein Herz dadurch verloren. Boop spam, boop spam, boop doop boop spam. Da trifft er. Ja. Ich hab noch drei Bowshots bekommen. Warte, F3 und B. Voll ist er nicht mehr, ich lass dir nochmal zwei Pfeile droppen. Droppen. Dropp. Er hat grad nen TNT gedroppt und das hat mir wieder nichts gezogen. Wtf. Du bist im... Ja, es geht. Du teamst selber, Alter. Lo. Hä? Er teamt doch nicht. Wo soll denn dann sein Teammates hin? Er hat aber geteamt. Ja, komm schon. Das ist eh wieder so ein 4K-Randy oder sowas. Oh. Ähm. Okay. Warte, gehst du Eisenschwert runter? Du gehst Eisenschwert. Andere Richtung. Andere Richtung. Und ich kämpfe hier oben. Du random. Er geht hoch, er geht hoch. Ich komm rüber. Wenn du low bist, geh weg, ne? Er gibt sehr komische Hits. Sehr komische. Ich hab zwar 5 Herz, aber ich wollte jetzt kein Risiko eingehen. Pass auf, dass er dich nicht runterrottet. Schafft er nicht, aber... Er kommt wieder hoch zu dir. Nicht dr... Oh, Junge. Du machst immer so riskante Sachen. Nimm mal noch einen Steinschwert, man. Ja, einen Steinschwert hab ich noch. Ja, gut. Aber nur für mich. Hast du noch eins? Ja, ich hab eins dabei. Meins. Okay. Meins. Hast du noch ne andere Brust? Warte, ich guck mal. Ich hab für dich noch ne Goldbrust. Okay. Hab ich dann... Ja, dann hab ich 7. Warte, wie viel hat der gedroppt? 362. Skill. Skill. Scheiß Teamer. Als ob er nie teamen würde. Du hättest mich beinahe auf das Jumphead geboostet. Ja. Ich wär da ins nix gefallen, ne? Das ist mir aufgefallen. Warte. Unnötiges Essen. Warte. Unnötiges Essen. Boah. Die Runde passt doch eigentlich. Gucken. Seine Videos gehen schon klar eigentlich. Nein, Spaß. Äh, warte. Ja. Survival Wolf ist schon nicht so sehr... John Smith auch nicht. Das... Was? Legge ich? Oder leg der Server? Ja. Ähm. Ich helf dir. Ja. Fünf Herzen? Das ist wieder so ein Pixel-Wolf-Boy. Ja, warte. Ich werd dich boosten, damit du jetzt auch noch einen Kill bekommst. Musst du nicht. Ich krieg den auch so. Bist du sicher? Ziemlich. Ich hab acht Herzen. Äh, legt das bei dir auch so? Bisschen. Ne, legt's durchgehend. Nein, dann... Liegt's an dir. Fuck. Zehn Punkte und ich bin fast gestorben. GG, Kevin. So... Ich hab nur einfach 29 Pfeile. GG. Mhm, zieh mal den anderen Helm an. Welchen? Hast du den? Ja, sonst könnte ich den ja kaputt redspammen. Und ja, Boomer meinte ich wär arrogant. Er ist auf jeden Fall noch viel arroganter. Und der hat vorhin gestreamt. Ich weiss nicht ob er immer noch streamt. Okay. Ähm, ich muss nur zwei Herzen regenerieren. Ist mir jetzt egal wenn ich verliere. Also meine STATs sind auch so verkackt auf dem Account wieder. Naja. Es ist ja auch dein YOLO Account gewesen. Ja... Gewesent. Und was machst du wenn du deinen MRL Account kein mehr bekommst? Dann hab ich gelost. Ja, aber ordentlich. Boomer, nehm dich auf, hallo Boomer, wenn du das siehst, du bist ein kleiner Bumser. Und, ja, okay, go. Na, ich stell dir hier einfach mal den Kuchen hin. Joa, machen sie das. Go. Alter, warte, warte, global ping, jetzt möchte ich aber mal wissen, warum ich so lagge. 16, okay, und deswegen lag ich, okay. Ich hab 30 am ersten. Okay, go. Ja. Okay. Ich will nicht offensiv drauf gehen, das ist nie gut, wenn ich das mache, dann verkacke ich immer. Ich muss immer Turns geben. Ey, Mann, ich raste aus, laggt heute der Hive-Server? Ne, du bist das. Bei mir laggt's echt nicht. Okay. Aber bei mir laggt's nur so, so'n, immer so. Könnte auch Hive sein. Du hast ne Vierber gerade gehabt. Und mich trotz hinzubringend. Ja, bei mir laggt einfach, ja, GG, Angel, komm einfach. Drei Millionen Jahre. Hä? Ich war, ich war 30 Blöcke weg und ich hab noch nen Hit bekommen. Dann solltest du mal deine LVV runterstellen, du zerpinkst mich trotzdem. Hey, ich hab'n Quake, ich spiel' doch nur auf Quake Pro. Ja, dann stimmt irgendwas. Ey, Junge, meine Angel, ne? Es ist nicht zu glauben. Ich geh' gleich auf einen anderen, guck, du teleportierst dich bei mir. Egal, ich will jetzt nicht rumflamen, wenn ich sterbe, ist jetzt auch YOLO. Und auch nicht essen. Wenn du wüsstest, wie lau ich bin. Das glaub' ich dir irgendwie nicht, ich hab' dir doch gar nicht so gut gegeben. Ja, ich hab' dir gar nicht so gut eingesammelt. GG. Oh Mann. Aber Rotspam kannst du trotzdem. Ja, weil meine Angel 30 Jahre später kommt. Ja, mein ganzes Inventar ist voll jetzt wegen diesem Essen. Lag' aber noch Essen. Ähm. Ja. Zu diesem, ähm, sag' ich mal gar nichts. Danke für das Essen nochmal, ne? Jetzt hab' ich noch mehr. Ich wurde einfach zurückgepackt. Ich wurde zurückgepackt. Immer diese Leute, die richtig auf die Hits geilen, wenn man gelagbaggt wird. Nein, gefällt mir nicht. Deslike. Deslike. Wir haben nur noch eine Minute. Ähm. 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 Äh. Ja, gut. Ich mein' hab' ich gesagt, dass ich dich zerpinkte. Naja, war trotzdem eine gute Munde. Also Leute, wenn's euch gefallen hat, lasst'n Like da, schaut bei JustLights vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ähm. Dann lauents. Ja. Das ist der Welt. Ich bin sehr gut.